Die DRV-News vom 31. März 2023. PKS 2022. 174.876 Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten. SPD-Parteivorstand beschließt Legalisierung. Und jetzt? Mit freundlicher Unterstützung von Hawaii Medical und Drehhandel. Herzlich willkommen bei den DRV-News. Gestern ist die polizeiliche Kriminalstatistik für 2022 veröffentlicht worden. Da gucken wir mal ganz genau drauf, da warten wir mal drauf, weil das ein Indikator dafür ist, wie sich die Strafverfolgung von Konsumenten in einem Jahr entwickelt hat im Vergleich zu den Vorjahren. Denn solche Strafverfahren sind Kontrolldelikte, so sagt man. Die werden also nicht angezeigt zum Beispiel, wie zum Beispiel fast jeder Wohnungseinbruch angezeigt wird, sondern es sind Kontrolldelikte ganz überwiegend. Das heißt, die Polizei sucht gezielt die entsprechenden Täter, indem sie dann durch den Park läuft und gezielt mal schnuppert, ob irgendwo noch Cannabis riecht. Und dann ist eben Strafverfahren angesagt. Das heißt, diese Zahl ist weitgehend ein Indikator dafür, wie motiviert die Polizei Kifferjagd. Und insofern war das auch spannend, weil erstens das zweite Jahr der Pandemie und die Frage, ob und wie sich das auswirkt auf den Konsum. Und vor allen Dingen war 2022 das erste vollständige Jahr der Ampelregierung. Und eben auch da die Frage, wie entwickelt sich denn da jetzt die Verfolgung der Konsumenten mit dieser Legalisierungsregierung. Ergebnis, wir haben 174.876 Strafverfahren gehabt, wegen konsumbezogener Cannabis-Delikte. Ein paar kommen noch obendrauf für Händler und so weiter. Das waren insgesamt 214.000 ungefähr. Aber über 80% dieser Fälle, eben die 174.000, sind Verfahren gegen Konsumenten, die nicht geschmuggelt haben, nicht gehandelt haben und so weiter, die einfach nur für einen Eigenbedarf besessen haben oder angebaut haben und so weiter, aber denen kein Verkauf nachgewiesen wurde. Das ist ein leichter Rückgang tatsächlich. Also die Repression hat nicht weiter zugenommen, wie oft jetzt angenommen. In letzter Zeit hört man immer wieder Kommentare, die sagen, also User, die sagen, dass in ihrer Stadt, in ihrem Dorf noch viel mehr Kontrollen sind als vorher zum Frühjahr zum Beispiel. Aber die nackten Zahlen geben das so nicht her. Es ist ein ganz leichter Rückgang von 3,4% im Vergleich zum Vorjahr. Und da scheint sich ein kleiner Trend abzuzeichnen. Das war nämlich der zweite Rückgang. Schon 2021 ist diese Verfolgung der Konsumenten um 3,9% zurückgegangen. In den ersten Monaten der Ampelregierung sozusagen. Und im ersten vollen Corona-Jahr. Da sind wir nämlich wieder beim Thema Corona. Es ist unwahrscheinlich, dass jetzt der weitere Rückgang von diesen 3,4% in 2022 was mit Corona zu tun hat, weil unsere Verhältnisse, Lebensverhältnisse und so weiter durch Lockdowns und so weiter vor allem, die sich 2021 drastisch verändert haben, was eben auch auf Drogenkonsum irgendwie sich auswirken könnte. Aber der Vergleich von 21 zu 22 kann diesen Effekt dann nicht mehr mit sich bringen, weil 22 weniger Restriktionen waren als 21. Insofern scheint es doch eher ein Trend zu sein. Und muss man auch dazu sagen, die Ampelregierung hat damit jetzt gar nichts zu tun. Also wenn jetzt diese Zahl etwas zurückgeht, etwas sich erhöht oder so, da hat ja die Ampel keinerlei Einfluss drauf, solange nicht Gesetze geändert werden. Es ist also rein die Frage, wie motiviert ist die Polizei, wie viele Kräfte wendet die auf für diese Arbeit und so weiter. Aber es wäre natürlich trotzdem ein PR-Desaster gewesen, wenn diese Zahl noch gestiegen wäre. Ja, das hätten Sie noch tausendmal sagen können, wir haben ja nichts mehr zu tun. Irgendwie komischerweise, die Polizei ist auf einmal voll wild auf die Cannabiskonsumenten. So, Torschuss, Panik, ja, ein paar müssen wir noch kriegen. Das wäre ein ganz schlechtes Zeichen gewesen. Aber es ist auch so, ja, also sie sind ja zumindest dafür verantwortlich, dass es überhaupt noch Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten gibt. Und dann ist natürlich die Zahl, wenn man es so sieht, sie haben einfach das nicht verhindert, sie haben es nicht geändert, obwohl sie es hätten können. Es hätte kein einziges dieser Strafverfahren geben müssen. Und dann ist natürlich 174.000 eine riesige Zahl sehr hoher Verfolgungsdruck nach wie vor in Deutschland, weil dieser Rückgang startet auch von einem sehr hohen Niveau. Wir hatten bis 2020 einen stetigen Anstieg dieser Fälle, über mindestens fünf Jahre erheblichen Anstieg. Jedes Jahr ein neuer Rekord in diesem Repressionskoeffizienten, wie Hans Cousteau sagen würde. Also es ist immer schlimmer geworden. Also massives Repressionsklima gegen Cannabiskonsumenten in Deutschland. Und da ist ein Rückgang von 3,4 Prozent natürlich auch ein Witz, wenn man eine Regierung hat, die ständig erzählt, sie will Cannabis legalisieren, alles schön regulieren und so weiter, entstigmatisieren, Paradigmenwechsel, bla bla. Und dann ist im ersten Kalender ja dieser Regierung, sieht man halt 174.000 Strafverfahren gegen einfache Konsumenten. Das ist ein No-Go, das versteht einfach keiner mehr. Und ich habe mal runtergerechnet, ja, wir haben auch diesen Spot. Und ich komme dann auf 0,33 Strafverfahren pro Minute. Und unser Spot ist damit noch vollkommen aktuell. Alle drei Minuten in Deutschland nach wie vor gibt es ein Strafverfahren, wird ein Strafverfahren eröffnet gegen einfache Cannabiskonsumenten. Und ja, wir haben auch eine Pressemitteilung rausgegeben, gestern nochmal dazu und nochmal aufgefordert, ja, dieses jetzt sofort zu beenden, diese Verfolgung. Zumal ja doch jetzt mittlerweile jedem klar sein dürfte, dass die vollständige Legalisierung, mit der zusammen mehr die Entkriminalisierung auch kommen sollte, ja, man wollte immer den großen Wurf machen, dass es völlig in Sternen steht, ob das passiert oder nicht passiert. Die EU ist die eine große Hürde, die schwer zu überwinden zu sein scheint. Und der Bundesrat ist die zweite große Hürde, die mir zumindest noch schwerer zu überwinden zu sein scheint. Insofern wäre natürlich katastrophal, wenn überhaupt nichts passiert, in dieser Legislaturperiode, weil die Ampel einfach den großen Wurf für die Wand fährt und sich geweigert hat, einen kleinen Wurf zu machen. Deswegen haben wir ja von Anfang an auch in den ersten 100 Tagen eigentlich schon gefordert, komm, jetzt mach mal eben diese Entkriminalisierung weg, ja, das ist eine Kleinigkeit, das kann man schnell mal eben machen und dann kann man in Ruhe über die Regulierung nachdenken. Haben sie nicht gemacht. Ergebnis ist, ja, mit den paar Monaten davor und nach 2022, seit Regierungsbeginn, haben wir jetzt weit über 200.000 Strafverfahren, seit Beginn der Ampelregierung. No-Go, ja, muss beendet werden. Und es sah lange so aus, als würde sich da überhaupt nichts tun. Wir haben ja das erste Halbjahr 2022 getrommelt wie verrückt für diese Forderungen. Und dann haben aber alle Ampel-Koalitionspartner gesagt, so machen wir nicht. Können wir vergessen, da ist alles ein großer Wurf. Und wir machen aber dafür schnell und sind bald fertig. Und jetzt zeichnet sich aber ab, ist nichts mit schnell fertig. Und insofern ist, glaube ich, auch die Bereitschaft, bei denen jetzt wieder sehr viel größer Nägel mit Köpfen zu machen und zumindest das erstmal durchzusetzen, was durchsetzbar ist. Womit ich dann beim zweiten Thema wäre, wozu ich gar nichts hier stehen habe. Was passiert also jetzt? Wir haben ja heute den spektakulären letzten Tag des März 2023. Das ist der Tag, für den sich Karl Lauterbach bei der Vorstellung der Eckpunkte zur Legalisierung im Oktober 2022 die Settlein gesetzt hat, den Gesetzentwurf bis Ende des ersten Quartals 2023 zu liefern. Also heute ist die Deadline, die Karl Lauterbach offensichtlich reißt. Der Tag hat noch ein paar Stunden, aber da kommt jetzt nichts mehr. Das kann ich, glaube ich, jetzt sicher behaupten. Hier gibt keine Eckpunkte, gibt gar nichts. Keine Regierungspapiere, keine Verlautbarung irgendwie, wie jetzt damit umzugehen ist. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, also zwischen den Zeilen hat Karl Lauterbach diese Eigengesetze Debtline schon länger irgendwie aufgegeben. Ja, hat also vorletzte Woche gerade noch gesagt, in den nächsten Wochen legen wir ein Paket vor, bla bla. Da war schon klar, also eben nicht Ende des ersten Quartals. Aber ja, jetzt gerade im Moment beschädigt sich das. Ja, ich traue mich das jetzt zu sagen, obwohl der Tag noch nicht ganz rum ist. Aber das hätte man wohl mitgekriegt, wenn Lauterbach jetzt noch flott eine Pressekonferenz einberufen hätte. So, aber mitten da rein, in den letzten Tag sozusagen, jedenfalls gestern, kurz davor, hat der SPD-Parteivorstand einen Beschluss gefasst. Jedenfalls wird das aus verschiedenen Richtungen bestätigt. Ich habe den hier liegen, auch wenn er noch nicht öffentlich ist, habe ich das Glück, dass er irgendwie mir zugeflogen ist. Und auch wenn es nicht das ist, was ihr hören wollt, ja, der SPD-Parteivorstand hat irgendwas beschlossen, wen interessiert hat, sagt jetzt alle da draußen, ja, wir wollen mal jetzt endlich mal irgendwie reale Veränderungen sehen. Ja, da bringt ein Vorstandsbeschluss überhaupt nichts. Wir wollen Lauterbach sehen, der irgendwie ein Gesetz uns vor die Füße legt und sagt, hier, ja, machen wir so. Das ist natürlich ein SPD-Parteivorstandsbeschluss nicht. Aber trotzdem, ja, gönnt mir den kleinen Essay. Wir arbeiten ja ja seit vielen Jahren an diesem Thema für euch als Interessenvertreter. Auch ganz gezielt überparteilich, als wir angefangen haben mit dem Handverband 2002, waren die Grünen die einzige Partei im Bundestag, die sich für die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen hat. Mittlerweile sind die Linken im Boot, ist die FDP im Boot und die SPD war ja schon so halb dabei, sage ich mal. Aber eben noch nicht ganz, jedenfalls nicht auf Bundesebene. Der Prozess innerhalb der SPD hat angefangen 2015. Da hat nämlich der Landesverband Bayern die Legalisierung beschlossen. Und mit den Jahren tröpfelten halt welche dazu. Also Berlin zum Beispiel war dabei, ich glaube, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, so ein paar, könnte ich jetzt mal nachgucken, irgendwie eine Handvoll SPD-Landesverbände hat so im Laufe der Jahre dann die Legalisierung geschlossen. Aber auf Bundesebene ist es nie dazu gekommen. Im letzten Wahlprogramm vor der Bundestagswahl 2021 stand ja drin, dass man entkriminalisieren will, dass man Modellprojekte haben will. Auch Eigenanbau, nee, Eigenanbau stand nicht drin, zu erlauben. Aber Entkriminalisierung stand drin. Bei der SPD war, glaube ich, da noch so die Idee von Ordnungswidrigkeiten. Und das hat im Prinzip einen Beschluss auch der SPD-Bundestagsfraktion nachvollzogen, der davor schon war. Jedenfalls kein klares Bekenntnis zu einer vernünftigen Regulierung des Marktes mit Fachgeschäften und so weiter. Da war die SPD noch hinter den drei anderen kleineren Parteien zurückgeblieben. Hat sich da netterweise quasi überreden lassen, während der Koalitionsverhandlungen von FDP und Grünen der Legalisierung zuzustimmen. Das war eine Sensation damals Ende Oktober 2021, als die Ampelkoalition da fertig war mit Verhandeln, dass da Legalisierung im Koalitionsvertrag drinsteht. Aber ohne, dass die SPD das jemals beschlossen hätte. So, und jetzt kommt dieser Vorstandsbeschluss der SPD, wo ganz klar drinsteht, die SPD will Cannabis legalisieren. Insofern ist es für mich ein Meilenstein, ja, in der Arbeit, ne, so dieser erste Impuls von 2015, kam gestern zu einem Ende, zum endgültigen Ziel, SPD beschließt Legalisierung von Cannabis. Das war nicht nur ein Parteitag, immer als Parteiprogramm und so weiter, aber ein Vorstandsbeschluss, dass sich das schon auch gelten, der sehr klar sich positiv zur vollständigen Marktregulierung äußert. Insofern, ja, hurra, ja, wunderbar. Jetzt kann er sagen, ja, super, Georg, hast einen Haken dran gemacht, freust du dich, super. Aber die sind jetzt los, ne? Also kommen wir dann doch nochmal dazu. Was bedeutet denn jetzt eigentlich dieser Vorstandsbeschluss? Hat der irgendeinen Einfluss überhaupt auf diese ganze, die ganze Frage, ja, was passiert denn jetzt? Und wann, wann bubert's legal und wann kommt Lauterbach mit dem Gesetzentwurf? Und mit was kommt der denn eigentlich, ja? Weil ja auch zwei Schritte diskutiert wurden und werden immer noch, nämlich eine Abkehr von dem einen großen Wurf hin zu dem, was wir von Anfang an gefordert haben, sofort Konsumenten entkriminalisieren. Nicht nochmal 100.000 weitere Strafverfahren, wie ich eben dargestellt habe, sondern das sofort zu beenden, den Eigenanbau legalisieren, dass auch noch irgendeine Art legaler Zugang möglich ist. Anbau Clubs am besten auch noch, ja, damit da wirklich viel Schwarzmarkt trotzdem verdrängt wird, auch wenn man keine Fachgeschäfte hat. Und wir haben keinerlei Nachricht von der Bundesregierung, ja, von Lauterbach, der jetzt zumindest mal erklären sollte eigentlich, was mit seiner eigenen Deadline ist, ja, und was er jetzt eigentlich vorhat, und dann zumindest irgendein Statement wäre ja ganz schick gewesen, kam nichts. Dafür SPD Vorstandsbeschluss. Nun muss man ja sagen, Lauterbach ist Mitglied in der SPD, ja, und wenn jetzt mitten in diese Diskussion um die Legalisierung hinein so ein Beschluss kommt, da kann man entweder davon ausgehen, dass die SPD ihrem eigenen Minister Druck machen will, ja, was schon dann ziemlich ungewöhnlich ist, sag ich mal so, oder ist abgesprochen mit einem Gesundheitsminister, der eben da ein bisschen auch was von seinen Plänen durchblicken lässt. Weil es geht eben nicht nur einfach um Bekenntnis zur Legalisierung. Das ganze Ding ist ein paar Seiten lang. Ja, da kommen auch dann tatsächlich ganz konkrete Einlassungen dazu, zum Beispiel, was mit einer Obergrenze ist. Ja, die sagen jetzt zum Beispiel Besitz in der Öffentlichkeit, 25 bis 50 Gramm, irgendwie sowas hätten sie gerne. Bei THC-Obergrenze sind sie kritisch, ja, das sehen sie als Schwierigkeit an, um den Schwarzmarkt zu verdrängen, auch ganz vernünftig. Social Club, Kontrolle des Anbaus und so weiter. Also, ich gehe jetzt nicht so sehr ins Detail. Ich nehme an, das Papier wird jetzt jeden Moment veröffentlicht. Und dann können wir nochmal selber nachlesen. Gleichbehandlung im Straßenverkehr wird auch genannt. Auf jeden Fall so konkrete Punkte zur Legalisierung, zur Regulierung, dass es ein ganz klares Bekenntnis zur Legalisierung ist. Aber es steht auch darin, und darüber haben sich natürlich alle wieder aufgeregt, eine umfassende Legalisierung ist aus europarechtlichen Gründen offensichtlich kurzfristig nicht umsetzbar. Und dann haben natürlich alle Zeitungen getitelt, ja, SPD hält Legalisierung nicht für umsetzbar. Und in sozialen Medien regen sich alle auf von wegen, ja, SPD hat die Legalisierung aufgegeben. Von wegen Projekt tot, Projekt gekillt, also total Depri und so weiter, ja, ganz Deutschland heult. Aber das ist gar nicht so angebracht, sage ich mal. Weil gleichzeitig ja vorher, einen Tag vorher, alle noch geheult haben von wegen, hä, das wird sowieso nichts mit der Legalisierung, sollen sie endlich mal entkriminalisieren. Und genau das ist im Prinzip der Vorschlag, eigentlich ganz vernünftig, so hätte ich das die ganze Zeit auch gemacht und habe ja auch die ganze Zeit so vorgeschlagen und gefordert und so weiter. Macht erstmal Nägel mit Köpfen da, wo es geht und zwar ziemlich weitgehend dann eben auch mit einer vollständigen Entkriminalisierung, mit Eigenanbau, Anbau, Clubs und so weiter. Und macht gleichzeitig weiter mit dem Prozess für die Regulierung von Cannabis, mit dem Gesetzentwurf für eine vollständige Legalisierung, legt die der EU-Kommission vor mit dem Notifizierungsverfahren. Wenn nicht, dann versucht halt die EU-Verträge zu ändern und so weiter, ja, zu klagen vom EuGH, ja, alles, was dann da noch mit dran hängt, ja, nicht nachlassen, weitermachen mit der Legalisierung und den Plan nicht aufgeben, aber eben, weil das sich abzeichnet, dauert alles noch ewig, steht in Sternen, ob das überhaupt klappt, diese Legislaturperiode und so, machen wir erstmal, was geht. Und eigentlich mehr steht in dem Papier nicht drin. Da ist keine Abkehr von der Legalisierung, wir es nicht dazu aufgegeben haben, sondern ganz im Gegenteil. Also das erste Mal die SPD sagt, wir wollen die Legalisierung, ganz klar. Das ist ein gutes Zeichen, kein schlechtes. Das einzig Schlechte daran ist, sag ich mal, dass es nicht von Lauterbach und von der Regierung kommt, sondern vom SPD-Parteivorstand, ja, was natürlich parteipolitisch super ist, ja, aber eben nicht in der jetzigen Situation, wo alle drauf warten, dass Lauterbach mal sagt, was er jetzt eigentlich will und zwar so, dass er versteht, ja, und nicht nur er selbst da irgendwelche kryptischen Anmerkungen macht, ja, vielleicht mal was Schriftliches, ja, auch nicht schlecht, ja, kann man nochmal nachlesen, irgendwie, ja, kommt nichts und da würde wohl auch erstmal bei bleiben. Ähm, da hieß es, wären jetzt in den letzten Wochen einige Minister krank gewesen, Lauterbach selber, aber wohl auch ein, zwei andere, was weiß ich, einer ist ja jetzt im Urlaub und so, ne, die endgültige Abstimmung, Feinabstimmung für irgendwelche Details noch, ja, kann eben jetzt gerade leider nicht stattfinden, deswegen dauert das Ganze noch wahrscheinlich bis Ostern, sagt zum Beispiel Dirk Heidenblut, ähm, der drogenkische Sprecher der SPD-Fraktion zusammen mit Kamenberg ist. Würde wohl recht haben, ja, halte ich für realistisch, ja, dass das jetzt nicht Montag dann soweit ist oder so, ne, sondern dann wirklich noch ein paar Tage dauert. Aber wie es aussieht, ähm, die Zeichen verdichten sich, dass da was im Gange ist, ähm, zum Beispiel Kirsten Kappert-Gonther hat auch so was getwittert heute, hinter den Kulissen wäre was im Gange, ja, und jetzt würde aber auch Zeit, da man das mal veröffentlicht und dann vorwärts geht und so weiter. Selbst Burkhard Blin hat den Drogenbeauftragte, selber Vertreter der Regierung, ja, der die Drogenpolitik der Bundesregierung öffentlich vertreten soll, hat gesagt, ja, jetzt wird aber Zeit, dass wir mal was liefern, ne, jetzt, ne, die Zeit ist längst reif und, ne, wartet wahrscheinlich auch auf Lauterbach, ja, aber schon ein bisschen merkwürdig, dass dann eben der oberste, also der fachpolitische Vertreter der Bundesregierung selber sagt, ja, wir sind zu langsam, ne, jetzt wird Zeit. So oder so, ja, das Ganze verdichtet sich aus meiner Sicht in die Richtung, dass es eben nicht mehr ein großer Wurf ist, den die vorhaben, sondern dass sie eben diese Zweiteilung machen und das, was geht, sofort machen und den Rest später machen oder weiter verfolgen. Aus meiner Sicht ist das soweit gut, nur, dass es eben, ja, immer noch ein bisschen glaskugelig ist, immer ein bisschen reininterpretiert. Ich hoffe, ich liege da nicht falsch, ja, und, also, einen Punkt, vielleicht den soll ich noch erwähnen, die haben auch Modellprojekte schon wieder da reingeschrieben, ja, sie wollen irgendwie Modellprojekte zulassen. Davon halte ich jetzt im Moment nicht so viel, weil das im Zweifelsfall diese weitere Diskussion mit der EU und so weiter über Legalisierung eher behindert, sag ich mal, ja, wenn wir dann sowieso Anbauclubs haben und einen legalen Eigenanbau, dann sehe ich jetzt nicht unbedingt, für was wir jetzt da doch die Modellprojekte brauchen. Da würden wir dann erstmal die Ergebnisse abwarten, da wird dann dabei rauskommen bei den Modellprojekten, da können wir uns sparen und lieber dann den Rest umsetzen, dann haben wir ja auch den legalen Zugang, und zwar für alle und nicht nur für ein paar, die an so einem Modellprojekt teilnehmen. Aber es gab natürlich auch Gerüchte, ja, oder Ideen, dass man im Prinzip ganz Deutschland zum riesigen Modellprojekt machen könnte, wo dann Cannabis-Fachgeschäfte eingeführt werden per Modellprojekt. Gut, mit Ablaufdatum dann im Zweifelsfall, ne, aber dann hätte man erstmal Fakten geschaffen. Aber ich glaube nicht, dass die SPD das meint in dem Fall, ja, das, wenn wir nochmal Details dann uns anhören müssen, was genau für Modellprojekte da die meinen, oder ob das überhaupt Lauterbach da, ob das bei Lauterbach auch eine Rolle spielt mit den Modellprojekten, bei denen man dann endgültig vorlegt. Also alle warten auf Lauterbach weiterhin, ja, dasselbe Fazit wie letzte Woche, mit ein bisschen mehr Futter dahinter, sag ich mal, mit ein bisschen mehr Details, aber letztendlich weiterhin warten auf Lauterbach, ist angesagt. Und übrigens nochmal Glückwunsch an die Jusos, die das Ganze eingebracht haben in den Vorstand. Ah ja, genau, haben wir noch ein Video, ja, das kann ich euch zum Abschlussfragen auch nochmal zeigen hier. Wir haben es geschafft, einen Antrag in den SPD-Parteiverstand einzubringen, der endlich für eine progressive Drogenpolitik sorgt. Carmen, was steht drin? Es stehen viele Dinge drin, die sehr gut sind. Zum Beispiel sprechen wir uns als SPD für eine schnelle Entkriminalisierung aus. Außerdem stellen wir auch die Gerechtigkeitsfrage und dafür gehören für uns Cannabis-Social-Clubs mit dazu. Und als letzten wichtigen Punkt Eigenanbau, dazu bekennen wir uns natürlich auch und zwar mit fünf Pflanzen. Außerdem wollen wir ein Straffreiheitsgesetz erlassen, was dafür sorgt, dass KonsumentInnen, die in der Vergangenheit zu Unrecht bestraft worden sind, endlich eine angemessene Entschädigung bekommen. Wir führen eine Amnestie ein. Und, wichtiger letzter Punkt, auch im Straßenverkehr wird sich was ändern, denn wir orientieren uns an den Regelungen in den Niederlanden und in Kanada, um dafür zu sorgen, dass endlich auch hier eine Angleichung in Richtung Alkohol und ein fairer Umgang stattfindet. Das sind unsere Punkte zur Legalisierung und damit sind wir auf einem guten Weg. So sieht's aus, sozialdemokratische Drogenpolitik. Ja, soviel dazu. Jetzt habe ich noch ein Thema übrig und zwar Österreich verbietet HHC. HHC sagt euch ja wahrscheinlich mittlerweile in allem was. Der super neue Trend und Hype und so weiter wird an jeder Ecke verkauft. Cannabis-Knallersatz quasi soll so ähnlich wirken wie THC. Ein bisschen weniger stark vielleicht, aber im Grunde ist das ein Cannabinoid, das in winzigen Spuren auch natürlich in der Handpflanze vorkommt. Und insofern keins von diesen synthetischen Cannabinoiden ist, die nicht in der Handpflanze vorkommen, wird aber trotzdem in der Regel synthetisiert oder halbsynthetisch hergestellt und kommt nicht aus der Pflanze raus alleine so, sondern ist schon aufbereitet. Wie auch immer, die meisten von euch wissen eh, was ich meine. Und die Diskussion, ob das sinnvoll ist, das zu verbieten, weil halt ziemlich unerforscht nach wie vor noch, man weiß gar nicht so ganz genau auf Dauer, wie wirkt das überhaupt so im Körper, wenn man das die ganze Zeit zu sich nimmt. Auch wenn es eben in winzigen Spuren vorkommt, natürlich in der Pflanze ist es natürlich, wenn man das als einzelnen Wirkstoff, also als Isolat quasi konsumiert in großen Mengen, wo das dann hinführt gesundheitlich, weiß man eben nicht so genau. Von daher sind auch viele in der Szene skeptisch. Wir haben ja rumgefragt in sozialen Medien, ja, verteilt die ja von HAC zu verbieten. Und da war die Reaktion relativ geteilt. Also manche hielten da tatsächlich für sinnvoll, andere eher so eine von Prohibition, das ist immer Blödsinn, ja, so schnell wie möglich das Original legalisieren und dann ist HAC ja kein Problem, wir wollen halt nicht verbieten. Wir können ja auch nochmal hier reinschreiben, weil ihr davon haltet, auf jeden Fall geht es jetzt los, das war klar, das wird kommen, die EU befasst sich damit, also jedenfalls in anderen Ländern wird es kommen, wie Deutschland damit umgeht, ist noch unklar. Aber es gibt natürlich jetzt diese Monitoring-Systeme der EU, wo die feststellen, ah, okay, HAC ist der neue Hype, wird überall konsumiert und verkauft und so weiter, da müssen wir irgendwas machen, der übliche Reflex. Ja, alle anderen Länder sind ja noch auf Prohibitionskurs, außer Tschechien und Deutschland. Und ja, von daher ist die übliche Systematik und die Reaktion noch des Staates, hat er dann so eine Substanz vermietet. In Österreich ist das passiert, über das auch so neue psychoaktive Substanzen-Gesetz, wie wir das haben. Heißt, glaube ich, ein Ticken anders, aber ist eigentlich dasselbe. In grün, in österreichisch. Und da hat den Vorteil, dass die Konsumenten nicht kriminalisiert werden, sondern dass sich das insbesondere auf das Verbot des Handels bezieht. Das könnte in Deutschland auch passieren, sage ich mal, ohne zumindest für die Konsumenten, dann nicht ganz so ein Drama, als wenn so eine Substanz dem BTMG unterstellt wird, wo man dann eben auch als Konsument sofort eine Straftat am Hals hat, ein Strafverfahren am Hals hat. Das ist auch in Österreich jetzt weiterhin nicht der Fall, wenn da einer zwei Gramm von so einem Produkt irgendwie in der Tasche hat. Aber es darf eben dann nicht mehr verkauft werden. Und ja, die rechnen jetzt drüben damit, dass das Zeug jetzt in den nächsten Tagen aus den Shops verschwindet. So, habt ihr das auch mal gehört? Da gibt es noch ein paar andere Länder, die das mittlerweile gemacht haben. Könnt ihr nochmal nachlesen im Artikel, den ich in der Videobeschreibung verlinke. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Ortsgruppenfunk vor den Terminen. Wir haben ein paar Bilder wieder reingekommen, reinbekommen. Die schicken uns jetzt immer schicke Bilder, damit wir hier ein bisschen trummeln können für die arbeitenden Ortsgruppen. Wie ihr seht, ist noch lange nicht die Legalisierung durch und wir wissen nach wie vor nicht, ob die kommen. Und wir müssen noch ein paar Jahre weiterkämpfen, im schlimmsten Fall. Auf jeden Fall müssen wir jetzt weiterkämpfen. Und hier haben wir Bilder von den Infoständen der DHV-Ortsgruppe in Thüringen, in Erfurt genau genommen. Dann haben wir die Ortsgruppe Berlin am Start, hier mit dem Bild. Da ist auch Kollege Konstantin dabei, den ihr aus dem DHV-Update kennt. Und wir haben Bilder aus Stuttgart, wo die schon dabei sind, den GMM vorzubereiten, zu bewerben und so weiter. Insbesondere in dem Fall waren sie unterwegs bei der Langen Nacht der Museen und haben da Fahnen geschwenkt und Flyer verteilt und so. Und außerdem haben die Stuttgarter Hanfsamen kandiert. Auch davon gibt es ein paar Bilder. Und dann haben wir noch ein kleines, schickes Video reingekriegt von der Ortsgruppe Rhein-Neckar, von deren Infotisch. Das zeigen wir euch noch kurz. Wir sind der Haftverband Rhein-Neckar. Wir sind heute hier für die Legalisierung von Cannabis. So, da bin ich wieder. Und jetzt seid ihr alle schon gespannt auf die nächsten Ortsgruppentermine, hoffe ich. Da haben wir einmal Würzburg, wo sich die Ortsgruppe am, ja, am heute trifft, 19 Uhr. Das werden wir wahrscheinlich wieder nicht schaffen, wie üblich. Dann in Freiburg, Samstag, 1. April, Infostand der Ortsgruppe. Und in Weimar haben wir eine Diskussionsrunde. Themenamt der Jusos. Passend zur heutigen Hauptmeldung des Tages, die Jusos sind relevant, auch in Weimarer Land. Und machen da zusammen mit der Ortsgruppe Thüringen einen Themenabend. Am Sonntag, 2. April. Montag, 3. April, trifft sich die Ortsgruppe in Magdeburg. Und auch in Heidelberg. In Heidelberg Hybrid, da kann man auch online teilnehmen. In Halle gibt es ein Treffen der Ortsgruppe am Mittwoch, 5. April. Ebenso in Freiburg. Dann haben wir den offenen Hanftisch der Ortsgruppe Darmstadt am Freitag, 7. April. Und ein Let's Talk about Hanf der Ortsgruppe Oldenburg, ebenfalls Freitag, 7. April. Und dann sind wir beim 13. April mit dem Stammtisch der DHV-Ortsgruppe in Hamburg. Und dem Online-Treffen der Ortsgruppe in München, auch am 13. April. Das war's für heute. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, werdet Mitglied beim Deutschen Hanftverband. und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großen Abend. und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.